So, in einer kleinen Pause geht es jetzt weitlich weiter und wir machen, ja was machen wir denn? Wir machen Kömi weiter. Kömi hat soweit echt Spaß gemacht, warum sollten wir Donnie weiter machen? Aha, aha, was ist der E-Bot? Aha, 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 oh je. BAM, in your face. Viel zu langsam. Gewinn in den Haun nun. BAM, in your face. Nächster Haun weg. Okay, okay. Ha. Ja, bleh. Ha, 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 ha. Curvy umgehauen. Scheiße. Mies. Boom. Schön mit der Panzerfaust. In your face. Geht doch. Letzter. Mann. Scheiße. Die Reaktionszeit bleibt auf den links besser. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Nö. Kein Stück. Scheiße. Game overall. So. Next one. One more time. One more time. Man. So, ist der letzte Mal. Es kann mir wohl nicht so schwer sein. Ah. Geht doch. Ach so, doch. Irgendwann geht es hin. Das gibt mir nur einen Stemmer. Ich konnte nicht machen, aber es ist nicht schon wieder. 85,00. Okay, kein neues. Remix. 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 Und keinen neuen Stemper. Verdammt. Na gut. Remix. Nummer. Hab nicht mitgezählt. Ach du Scheiße. Das ist doch mal voll gemein. Da ist immer ein Pilz drinne. Der Pilz ist weg. Toll. Scheiße. Der war glaube ich auch noch ein Grusel irgendwo. Ah, der Feuerball. Oh Gott. Jetzt haben wir kurz den Pilz. Yes. Ach, das sind die Musikdinger, ne? Musikblöcke. Notenblöcke. Ich weiß gar nicht, haben die eigentlich einen richtigen Namen? Ich weiß es gar nicht. Hier müsste ein Steinbrot kommen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Toll. Dann spreche ich ihn mir. Ihr müsst sehen, der Mann, die Kamera, die steht jetzt natürlich so vom Bildschirm. Äh. Moment. Die steht natürlich jetzt so vom Bildschirm, dass ich einen kleinen gewissen Spalt so nicht ganz identifizieren kann. Und das macht es mir eigentlich auch sogar noch ein bisschen schwieriger. Aber, wie gesagt, ich arbeite perfekt. Ist ja alles noch Beta hier. Alles hier. Beta-Studio. Ob zwar der Greenscreen funktioniert. Das mache ich jetzt wieder von der Seite. Gut. Machen wir noch Curvy? Ey komm, wir machen jetzt Varios Vos. Jetzt das ist, was ich denke, dann ist das dieser Bomberman-Klon. Okay. Glaube nicht. Nein. Da scheiße. Kann man sehen. Ich kann mal sehen. Ich kann die D.D. auch mal sehen. Ist ja die D..D. doch mal weg. Das ist die Mario Bank. Ach du scheiße. Oh Gott. Da habe ich doch überhaupt keine Ahnung. Da kann man nicht groß sein, dass er das Spiel nicht spielen muss. Oh Gott. Das war jetzt nicht schwer. Ich hab's vorhin noch gesagt, ob die Lost Levels kommen, jetzt nicht zu da. Super Mario Bros. 2, Lost Levels. Na, wir wollen noch ein bisschen Mario Bros. spielen, das war ja schon optimal, weil Super Mario Bros. 2, Lost Levels ist verdammt schwer. Hallo, das erste Item, was du kriegst, das will dich töten. Na, das klappt nicht. Ich muss die Fieber mitnehmen, hier hoch. Nein. Ich kann mein Tartro klettern. Ich kann mein Tartro klettern. Ich hab's jetzt fast geschafft. Fuck. Bleh. Continue? Yeah. Oh yeah. Das ist kein Spiel, ey. Fuck. Kann man neu starten da. Ach, du kannst auch alle nehmen. Scheiße. Kann ich rein theoretisch die Bombe nehmen? Nein, kann ich nicht. Ich kann die alle nehmen. Ah. So geht das. Gott. Wer hat das damals gespielt? Äh. Das war Shit. Nochmal. Ach, jetzt krieg ich mal wieder ein anderes Level, oder wie? Wie soll ich da rauskommen, bitte? Okay. Ja, ich weiß meine Salze, ob wir laufen. Bleh. Bleh. So. 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 Und, wie auch noch nicht alles in der Lage ist. So. 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 So, so. So. So, so, und, jetzt, malin. So, das war mit dem Spiel. Wow, ich weiß, ne malin. Beste Scheiß. Jetzt hab ich beide Bomben wieder aktiviert, fuck. Jetzt hab ich den gleichen Fehler nochmal gemacht. So, den nach oben, so. Hands ab. So, den schmeiß ich hier hin. Hm, ich hab's geschafft. Mit Glück. Was ist das für ein Spiel? Das alle Monster verschönten Agumar, Klein Luigi. So, alle Monster weg. Ja, leg mich bitte meinen Stern nicht. Also das ist gar nichts für mich. Auch hier muss ich die Levels nicht machen. Ja, gut. Mario, the last level. Wollt ihr den Giftpilz? Den Superpilz? Superpilz ist hier dran. Na komm. Shit. Ich hab's noch wieder gedrückt. Yes. Werden den Giftpilz? Ähm. Rasse Giftpilz. Ja. Ja. Wollt ihr die Feuerblume machen? Ja. Alles. Hab ich. Und besiegel Bowser. Hab ich. Und besiegel Bowser. Hab ich. Drei Sterne. Drei Sterne. Das sieht doch schon besser aus. Gut. Nächstes Level von Lost Levels. Unbesiegbarbar. Oh yeah. Er ist kein Besten. Nein. Komm raus, Franzi. Braucht dich. Das ist nämlich Nummer 10. Ja. Der Hammer Bruder. Der warme Bruder. Yay. Drei Sterne. Kein Regenbaum. Oh, ein Level dreigeschaltet. Yay. Wollen wir mal gucken. Neuer Stempel. Yay. Nimm dich mal wieder. Neuer Stempel.